In der Landesleitzentrale der LPD Wien gehen alljährlich ca. 1,2 Millionen Notrufe ein, davon ca. 1 Drittel auf dem Euronotruf 112, der Rest auf dem Polizeinotruf 133. Weiters werden ca. 420.000 Einsätze im Durchschnitt jedes Jahr hier abgearbeitet, von den ca. 90 hier dienstversehenden Beamtinnen und Beamten, die hier 365 Tage über 24 Stunden im Dienst sind. Polizeinotruf, grüß Gott. Ich brauche Hilfe, ich bin verfolgen worden mit einem Messer. Ja, wo sind Sie? Ja, grüß euch, die Funkstelle. Wir bräuchten euch bitte dringend im 1. Bezirk am Hof 3. Waren wir vorher beim Notruf, so sind wir jetzt direkt im operativen Bereich, wo Ihr Notruf direkt an den Funkwagen vergeben wird, um Ihnen rasch und sicher Hilfe zu leisten. Anton 1, Anton 2, Anton 3, Anton 4, wenn Sie mal bitte alle einsatzmäßig fahren am Hof 3, da wurde eine männliche Person überfallen, Rest kommt in Kürze. Anton 3 verstanden. Wir suchen drei männliche Täter, 81 groß, 20 Jahre alt, einer begleitet mit einer weißen Haube, gelbe Turnschuhe, der zweite eine Narbe im Gesicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.